Von Österreich geht es ab nach Großbritannien auf die Insel und damit Hallo Formel 1 Fans und Willkommens zu einer weiteren Folge der F1 Grand Prix Vorschau. Heute mit der Vorschau für den anstehenden Großbritannien Grand Prix. Die Streckendetails Am 14. Juli beginnt die 69. Ausgabe des Großbritannien Grand Prix. Zwischen 1954 und 1963 wurden zwischen Silverstone und Aintree gewechselt. Zwischen 1964 und 1986 wurde zwischen Brent Sedge und Silverstone gewechselt. Seit 1987 findet der Grand Prix permanent in Silverstone statt. Die Rennstrecke verfügt insgesamt über 18 Kurven, 8 Längskurven und 10 Rechtskurven. Vom Start bis zu Kurve 1 sind es 420 Meter. Auf der gesamten Strecke fährt man 4x im 8. Gang. Insgesamt 48 Gangwechsel gibt es pro Runde, zusammengerechnet 2496 im Rennen. Die Boxengasse hat eine Länge von 460 Meter und dort wird höchstens 60 kmh gefahren. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Safety Car Faser liegt bei 54%, der Vollgasanteil liegt bei 67%. In den bisher 52 Ausgaben des Großbritannien Grand Prix in Silverstone gewann 19 Mal der Polesetter, was eine Quote von 36,5% entspricht. Der Bremsenverschleiß wird als hoch angegeben und der Reifenverschleiß als mittel. Gefahren wird 52 Runden lang im Uhrzeigersinn bei einer Gesamtrendistanz von 306,198 km. Die Streckenlänge beträgt 5891 Meter. Das DRS darf zweimal pro Runde verwendet werden und zwar zwischen den Kurven 5 und 6 und zwischen den Kurven 14 und 15. Die Siegerstrategie von 2018 war eine Soft-Medium-Soft-Strategie von Sebastian Vettel. Schnellster Pilot im Feld war Kimi Reykönig mit 346,8 kmh. Die schnellste Rennrunde ging an Sebastian Vettel mit einer 1,30,696 gefahrenen Runde 47. Sebastian Vettel führte bis auf die Runden 21 und 34 bis 46 den gesamten Grand Prix an. Schnellster Boxenstopp war der von Lance Stroll, seine Zeit war eine 27,774 in Runde 30, seine Standzeit war eine 2,38. Die schnellste Standzeit schaffte wieder die Boxencrew von Daniel Ricciardo, dieses Mal mit einer 2,26. Die durchschnittliche Geschwindigkeit des Siegers lag bei 209,973 kmh. Der Rundenrekord im Rennen ist eine 1,30,621, gefahren von Louis Hamilton aus dem Jahre 2017 mit seinem Mercedes W08. Der Rundenrekord in der Qualifikation fuhr ebenfalls der Brite und zwar 2018 mit einer 1,25,892 mit seinem Mercedes W09. In Silverstone werden die Mischungen C1 der harte Reifen, C2 der medium und C3 der softe Reifen gefahren. Wer welche Reifen für das Wochenende gewählt hat, könnt ihr hier in dieser Grafik sehen. 2018 wurden die Mischungen soft, medium und hart gefahren. Wichtiges zum Setup. Boliden mit einer Kombination aus einem guten Chassis und passender Aerodynamik haben Vorteile. Der Grip spielt dieses Jahr auch eine Rolle, da der Streckenkurs wieder einmal neu asphaltiert wurde. Wer beim Anpressdruck spart, wird sich und seinen Boliden eher im hinteren Mittelfeld wiederfinden. Aber auch die Motorleistung spielt wegen den längeren Geraden eine Rolle. Schwierige Kurven. Kurve 1 und 2. Hier sollte man auf den inneren Curb aufpassen, denn beim Überfahren kann man zum Beispiel in Qualifying seine Zeit schnell aberkannt bekommen. Kurven 6 und 7. Man bremst etwa beim 50-Meter-Schild und schaltet in den vierten bzw. in den dritten Gang zurück. Kurve 9. Hier sollte man mit seinen Boliden auf der Strecke fahren, denn hier gelten harte Track Limits. Kurven 10 bis 13. Man kommt im achten Gang angefahren, schaltet zwei Gänge zurück, trifft die Kurven optimal und beschleunigt auf der DRS-Geraden wieder heraus. Kurve 15. Hier gilt wie in Kurve 9 das gleiche Szenario wie mit der Kurve 9 Track Limits. Der Zeitplan. Hier sind die offiziellen Trainings, Qualifikations- und Rennzeiten. Besondere Vorkommnisse 1973 kam es zu einer Massenkarambolage mit insgesamt neun Fahrzeugen in der ersten Runde. Jody Schechter drehte sich im Bereich der Woodcourt-Kurve in die Boxenmauer und kam wieder auf die Strecke. Bis dato war es die größte Massenkarambolage der F1-Geschichte. 1995 kam es nach Adelaide 1994 wieder zu einem Zusammenstoß zwischen Damon Hill und Michael Schumacher. Der Briti verbremste sich, fuhr Schumacher in die Seite und beide schieden aus. 1998 erhielt Michael Schumacher in den letzten drei Runden eine Stop-and-Go-Strafe, nachdem er unter Safety-Car-Bedingungen Alexander Wirz überholt hatte. Die Kommissare ließen sich mit der Entscheidung aber viel zu viel Zeit, weshalb die Strafe erst gegen Rennende ausgesprochen wurde. 1999, Schumacher kracht in die Stow-Kurve in den Reifenstapel, wobei er sich das Schienen- und Wadenbein bricht und sogar kurzfristig bewusstlos war. Sechs Rennen konnte er nicht mitfahren und erst beim vorletzten Rennen in Malaysia nahm er wieder teil. 2003 lief ein völlig verrückter Fan auf die Strecke, was zu einer Safety-Car-Phase führte. 2013 platzten bei Hamilton, Massa, Verne und Perez gleich vier Reifen. Genauer gesagt, der gleiche Reifen und auch 2017 kam es bei beiden Ferraris kurz vor Rennende zu Reifenschäden. 2018 kam es zu einem Start-Crash zwischen Kimi Räikkönen und Lewis Hamilton, der bis ans Ende des Feldes zurückfiel, sich wieder nach vorne kämpfte und am Ende Zweiter wurde. Ebenfalls 2018 kam es zu einem heftigen Crash von Marcus Ericsson, der mit geöffneten Heckflügel in Kurve 1 einfuhr, die Kontrolle über seinen Boliden verlor und in die Barriere krachte. Das gleiche ist Romain Grosjean im Training passiert. Die bisherigen Sieger des Großbritannien Grand Prix. Aufgrund der zu langen Liste habe ich euch den Link in die Videobeschreibung gepackt. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.